Okay, neu spielen wir das Glück. Ich spiele eine Runde mit Random Dudes. Und ich glaube, meine Random... Was machen meine Random Dudes? Wo landen wir? Was macht ihr denn? Marc Bachmann? Ich gehe da runter. Ich habe jetzt mal gemutet, die Dudes. Und ich... Sie können mich nicht hören. Ich kann sie nicht hören. Und. Zeug. Was macht Marc Bachmann? Was ist das denn? Scheiße. Das wird er nicht überlegen. Was? Habt ihr gesehen, dass da runtergekommen ist? Oh shit. Ich sehe es nicht überlegen. Was macht ihr denn? Vielen Dank. Okay, was macht Mark Bachmann da draußen? Wo ist der andere Bro? Ich gehe nicht weg, ich lose hier mal. Okay. 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 Warte mal, wo sind, wo in der Body ist? Random Dudes. Ja da ist noch einer gekommen. Okay. Big Mac hat sich eingeloggt. Autsch! Problem ist, dass da drüben einer ist. Ich hab da einen gesehen. Direkt vor mir, wenn er nicht. Quasi hier. Ah, hat mir so aussehen. Hat mir so aussehen. Wo fahren die rum? Ah, hat mir so aussehen. Das ist mir bald. Das ist mir bald. Das ist mir bald. Das war's. 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 Das war's.